Und in dem Sinne ist diese Arbeit in Moschgold auch eine Arbeit, die uns systematisch durch die individuellen, vielleicht auch die familiären Tabus oder Traumata hindurch trägt, wohl wissend, dass die sehr unterschiedlich sein können zwischen mir und dir oder zwischen Nadine und Saskia, vielleicht ganz unterschiedliche Familienhintergründe vielleicht. Aber dennoch ist, dass ich hier durch meine Traumata durchgehe und du hier durch deine Tabus etwas wie ein Flächenbrand dessen, dass wir einander Sicherheit, genug Sicherheit zumindest vermitteln, um diesen Weg de facto gehen zu können. Es ist wie ein Update in unserem System, was immer noch darin operiert, es ist zu gefährlich, meine Kraft wirklich zu zeigen. Es ist zu gefährlich, meine Wildheit wirklich zu äußern. Und wenn wir an dieser Stelle updaten mit, es ist scheiß gefährlich und sehr ungewohnt, aber erstens macht es Spaß, zweitens alle um mich rum feiern mich dafür, drittens die machen das auch alle, dann gibt es nach und nach eben dieses Update erleben im Nervensystem von, man scheint es überleben zu können, scheint sogar Spaß zu machen und dann passiert das, was wir hier bezeichnen können als dieser Flächenbrand der Ekstase. Flächenbrand auch in dem Sinne, dass dann vielleicht die Praxis ist, dass wir morgens uns schütteln. Der Flächenbrand der Ekstase ist, dass du dich während deines Alltags immer weniger darum kümmern musst, körperlich zu bleiben oder lebendig, weil es einfach passiert. Es gibt sowas wie, es ist nicht gefährlich genug, damit ich jetzt einknicken würde. Ich bleibe in diesem Atmen. Ich bleibe in diesem Spüren. Es ist wirklich eine Trainingsfrage und es geht extrem viel schneller, wenn wir gemeinsam trainieren. Es ist absolut machbar. Und das, weshalb ich dieser Arbeit mit unseren Instinkten und deiner Körperin so sehr vertraue, ist, es geht umso schneller, je mehr Blockaden und Trigger du hast. Und am Ende des Tages, ganz ehrlich, dadurch sind wir ja wohl alle qualifiziert. Das hier ist keine Methode, für die du mehr als sieben Minuten am Tag für dich selber brauchst. Das hier ist keine Methode, für die deine Kindheit wenigstens halbwegs okay gewesen sein muss. Das hier ist keine Methode, die funktioniert, wenn die Sonne scheint. Das hier passiert, das hier ist entstanden auf der Straße. Das hier ist entstanden, erforscht von Frauen, die wie ich, wie du, die fucking Hölle kennen. Das heißt, wir brauchen Anlauf und Karacho. Aber wenn wir das liefern, dann ist das, was in dir für dich arbeitet, designt, dich auch gewinnen zu lassen. Und das ist das Projekt. Das ist das Projekt.